Hallo und Willkommen meine Lieben, hier ist unser Büro, erneut mit meinem Civ 6 Let's Play. Wir sind Sparta und versuchen uns gerade gegen eine bösartige Invasion von den Azteken und Amerikanern zu beschützen. Beziehungsweise eigentlich werden wir ihnen zeigen, wie so ein Krieg geführt werden muss. Ich müsste blind sein, um eure Armee vor meinen Augen nicht zu erkennen. Zieht sie von unseren Grenzen ab, außer ihr wollt Krieg. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Eure Sorge ist nicht unbegründet, Krieg erklären. Können wir gar nicht. Diese bitte ignorieren. Danke. Das tun sie nämlich sogar wirklich. Ich kann nichts dafür, aber da... Wahnsinn, hier hat dort seine Truppen stehen. Mhm. So. Wir fahren mal da her. Schießen wir mal da drauf. Und das hoffentlich aus dem Wasser. Fast. Fast. Janen. Fast. Fast. Woof, look. Mhm. So. Nimm dir dein Telefon mit. Okay. So. Ah ja. Ist ja süss. Ah ja. Armbustschützen. Die glauben wirklich, dass sie mit Armbustschützen irgendwas nicht ausrichten können. Ach Gott. Das ist so elend. Die Steuerung ist so fürchterlich. Schiess noch mal runter ins Wasser. Okay. Jetzt fangen wir mal ab. Du wartest noch weiter. Du verbreitest. Kann ich glauben mehr an Kairo. Wir haben Kairo gut bearbeitet was das betrifft. Haben wir noch irgendwelche Städte, die nicht zaratronistisch sind und uns gehören? Nö. Hmm. Hm. Ist da noch nicht. Gut. Hm. Gut. Dann bleibst du einfach da stehen. Wir werden nicht anfangen da irgendwelche Hände zu bekehren. Panzer. Wir können nun in diese Richtung. Okay. So. Na ja. Ich würde euch gerne zu Panzern aufrüssen. Uns fehlt das Öl. Fürchte ich. Okay. Jetzt fangen wir mal dieses Katapult aus dem Wasser. Okay. Oh. Okay. So. Waren wir als erstes. Fangen wir mal an. Waren wir als erstes. Nächste Runde. So, wenigstens Brandschatzen, nein, bleibt da stehen, tipp, hoch auf den schießen, die schießen auf die Token von Kandi, echt arg, diese Feiglinge, du willst Eisen und Marmor für Elfenbein und Geld, ja, das finde ich ja irgendwie nett, aber hättest du vielleicht Öl, ja, ich weiß nicht, ja, wie steht es damit, dass du die zwei Wappler da angreifst und ihnen sagst, ob der Bator den Most holt So, uh, she's going to knock my chest off Ähm, reich, Einheit benötigt irgendwas, irgendwo, irgendwie, gut, äh, der Handwerker wartet auch, bis wir da drüben dann die Stadt bauen, oder wie sehe ich das, eigentlich schon Da haben wir Steine, Schokolade, Viecher, die wir abbauen können, irre, wir könnten da dieses Zimbabwe-Ding machen Ja, du wartest, nein, falsche Taste Wieso, ja, 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 weil ich mal Hügel genommen habe und nicht, ähm, Ding, ist das eh klar Das ist schwierig Das ist schwierig Du wartest, was noch? Du 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 Es wird dir nichts helfen fürchte ich, Chikago wird fallen. Das schießen wir jetzt sturmreif den Ort. Was machst du da? Sterben? Ist das süß. Ich glaube, ich hätte auch gegen die das Ding drinnen lassen können. Hey, wir haben fortgeschritten in der Ballistik gestorben. Also zumindest mal das Verreka. Das funktioniert ja besser als ich dachte. Ah, wir können dich verbessern. Fahrer-Aus hat beitappt werden während einer Mission eine viel höhere Fluchtchance. Verkleidung benötigt keine Zeit zur Präsenzentwicklung in einer feindlichen Stadt. Raketentechnik stört Raketentechnik in zwei Stunden. Nehmen wir das Fahrer aus. Sehr gut. Fortgeschrittene Ballistik finde ich gut. So, schießen wir mal wieder drauf. Hier. Das war's gut. Chicago. So. Du. Fast jetzt mal. Da. Hier. Du. Fast mal. Da. Hier. Ah. Kairo. Apostel. Ah, den Apostel hätten wir auch nachschicken können. Wir müssten eh noch irgendwann zweiten Apostel haben. Wo ist denn der zweite? Den hab ich grad von A nach B geschickt. Irgendwann muss ja der sein. Da ist der zweite Kustel. Fast nicht da her, sondern fast da her. Ein Mensch braucht Chicago. Ranger, bitte kommen. An plansoncéter Schiet Anna, okay. U.S., Die Paunzer-Schiffe kümmern sich an uns, das ist ja diese Dinger. Das Machen wir doch klart! Ich fattes da über. So, ähhhhhh, da- n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Ah, was brauchen wir in Faserloss? Sende, Turm, Pulscheu-Theater, Händler, wir brauchen einen Händler natürlich. Wir brauchen mehr Händler. Diese Welt braucht mehr Händler. Wir brauchen mehr Kunstmuseen. Argos. Wir könnten einen Hangar bauen. Wir könnten vielleicht aber auch gleich Flugzeuge bauen. Brauchen wir Flugzeuge? Wir brauchen Flugzeuge. Freundlicherweise brauchen wir für Flugzeuge kein Öl, offensichtlich. Hauptsache wir brauchen es für die Panzer. Ich meine ja, für die brauchen wir es natürlich auch, aber... Na gut, soll sein. Mhm. Mein Mobiltelefon lässt sich nicht mehr aufladen, um in der Autonomie zu sagen, dass es gerne was anderes machen würde. Hey, hört sich ja oft auf mich zu schießen. Ach. Die machen mir mein Kriegsschiff kaputt. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar ist das. Man könnte meinen, die machen das mit Absicht. Hm, dieses Kriegsschiff werden wir hier nicht mehr brauchen. Wir werden nicht abziehen. Das ist die schneller als die. Vor allem können wir, glaube ich, mit den Feldkanonen draufschießen auf die. Und das erste sollte man auf jeden Fall treffen mit der Feldkanone. Tatsache. Tatsache. Kommen wir mal. Schuss mit ihm. Blub, 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 blub. Das Infantrikot macht mal. Verraten. Verraten. Du, was ist da her? Na. Das ist kein Feuer. Oh. Fancy. Ein U-Port. Knospos. Schießt das Leute hier. Blub, blub, blub. Wettbewerb. Panzerschiffflotte darf sich den Rumpf verstärken. Oh. Das Kriegsschiff darf. Kampfstärke gegen meine Rumpfhackheiten. Kampfstärke gegen meine Rumpfhackheiten. Na. Oh. Das Kriegsschiff darf... So, Technikbonus können wir leider keinen mehr stehlen offensichtlich. Wir könnten die Produktion sabotieren oder Mittel abschöpfen und Geld uns klauen. Normalproduktion sabotieren. Du bleibst bei dem Schiepernageln. Was da herstellen? Nein? Ach gut. Soll ich nicht mehr übergehen? Du sollst auf die Schießen. Toll. So. Wo ist der Argos? Wie ist das? Waren irgendwelche Typen da her? Die der Meinung sind, dass sie gegen uns kämpfen müssen, das war natürlich sehr lustig. Ich habe eine Fabrik. Warte mal. Was können wir denn eigentlich? Nein. Ah, Forschungstabokken. Ich glaube, das ist gut. Wir brauchen eh mehr Forschungspunkte. Forschungspunkte sind wir voll hinten nach. Kultur machen wir 257, Forschung nur 168. Deswegen sind wir ja Forschungsmäßig so hinten nach. Hm. Na friend. Macht's. Okay, das sind noch mehr Schiffe die Hange. Ich weiß nicht, ob ich die auch nicht angreifen kann von dem Tingsan aus. Oh, ob ich die auch nicht angreifen kann. Ah! Und der nicht mehr lange. Ich werde bald den Weg alles Dinglichen gehen. Ein Spichwort sagt, dass das Haus des Cerannen eine Ruine ist. Und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Okay. Wer hat da die Demokratie? Ihr oder ihr? Wir haben euch nur die Zivilisation gebracht. Nicht arg. Wie wird er denunziert werden? Hey! Wir haben Verbotwerkstoffe gestohlen. Finde ich gut. Also Plastik. Also Plastik. Verkauft wird. So, wir schießen nach außen. Du kannst auf uns schiessen. Du gehst da her. Ah, wir können noch mehr Technikbonik stehlen. Machen wir doch gleich. Ich zeig dir mal. Wieso schießen wir auf andere Schiffe? Nicht so lächerlich wie du. Du wartest hier. So. Warte mal. Irgendjemand hat mal einen Krieg erklärt. Aber was ist das? Wir haben einen Kasus Belli gegen Saladin erlangt. Naja, okay. Hey! Das ist ja lustig. Du sollst nicht hingehen. Du sollst ihn da angreifen. Wo sollst du da stehen? Na ja, gut. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lange da sein. Platsch und weg. Hey! In Kairon können wir auch angreifen. Ist ja witzig. weg verschwinden. Wo kommen denn die her? Wo kommen denn die her? Gut. Wie viel Geld haben wir noch? Ok, ne? Wir bauen ein paar Truppen da auf dem Kontinent. Ich hätt ganz gern Panzer. Kannst du Panzer bauen? Nein, natürlich nicht. Weil wir kein Öl haben. Schade, Panzer. Na gut. Dann... Panzerabwehr. Ninja Infanterie. Infanterie ist ziemlich das Beste, was wir da haben können. So, da kommt noch mal nicht mehr so schnell was da her. Mhm. 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 Wir sind wieder Herrschaften. Machen wir wieder einen Schluss für heute. Ähm. Ciao, ciao. Schlaft gerund, träumt was Schönes. Oder macht sonst irgendwas. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Schlaft gerund, träumt was schönes. Vielen Dank.